Che Pikachu hilft immer lichter Midenceert So kalt Jetzt die nerken wenn man es wird, Winter BÄM LÄ�LB Wow 22 schon German Pew National Herbe Chat eigentlich es ist wurscht jetzt wieso wir uns so was hoher auch auf alle drei dort wird war nicht richtig das falsche Prozent ich habe noch mal er hat auch nur mit ihren Gründen ich glaube das war das was dann bleibt ja nicht mehr so viel übrig ich habe ja noch drei Versuche das und meine zwei Zauber ach stimmt der Raum ist abgekühlt mit euer ja und diese Pissenecken hier einfach weil es mir auf den Sack geht auch wenn es Giftwolken sind rekt können wir nicht weitergehen ja da bin 23 ich auch einfach diesen wow wir brennen beide ich wechsel mal kurz ich bin tot wie viel Schaden ich komme hier nicht raus ja aber 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 ich halte sie auf oh boy alter what the fuck what are you doing also nicht du was machen sie zu ihm wie viel halten sie oh ich halte richtig viel ich mache euch kaputt ich mache euch kaputt das ist mir jetzt wert so viel war nach finde ich mir es ist mir wurscht ah es sind drei toll ja und die sind alle drei angezaubert worden jetzt von mir Alter was halten sie auf wie viel ist hier denn ah einer spaltet sich gleich wieder ja ähm du könntest gerne wenn du willst die Treppe hochlaufen aber die geben so viel XP oh fick dich warum macht ihr so viel Schaden was war da denn los irgendwas ist bei mir oh 508 was bei dir ja ich kann mich nicht bewegen ja ja aber lieber da als da unten bleiben oder jojo hoppala Alter oh geht da geht es nicht weiter ähm ich geh schon mal rein ich glaube wir haben ein Problem brauchen wir noch was oder was wir haben ja noch im Notfall Walnüsse Hammer wüssten wir haben wir doch haben wir doch in der Wüste gekauft ha ha halt erstmal erstmal die Pose zu Ende machen lassen so äh das hatten wir gerade da wird so schlecht das zu sein wahrscheinlich nicht aber hey das sieht es nochmal gut aus das gefällt mir am besten das ist ja so blub 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 ja hat hat funktioniert ne hat's nicht äh was das hatten wir das vorhin das letztes ne ähm dürfte ich auch bitte mit ja entschuldigung äh schämlich oder dann alle beide getroffen ich auch ja du hast so ne Peitsche das ist ja nicht so lustig das Waffenlevel ist gestiegen da und schau mal was hier is oh Schwuuu! Schwuuu! Oh, nice! Ah! Radadadadeng! Radadadidung! Oh, 12.000 fast! Oh, nice! Junge, Junge, wir sind reich! Zum Glück haben wir das gesehen! Ja! Oh, der ist schon wieder respawnt! Egal, Erfahrungspunkte und Geld! Wir wollen nicht mal in einem anderen Raum! Ja eben, deswegen sage ich... Wow! Der hätte auch was troppen können, ist dir bewusst, oder? Oh, fuck! Oh, Gott! Gehen wir einfach durch, einfach durch! Ah nee, erheben wir uns dem anderen Punkt auf, genau! Eben! Hier gibt's nix! Ah, da unten war bestimmt irgendwas zu finden! Schätze ich mal, aber... Egal! Deine Mittels! Ach, man kommt nur in der Mitte durch! Ich muss das auch nicht, also... Mir bitte nix unterstellen! Ich hatte keine Ahnung! Reicht Level 3! Und... 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 Und kaputt! Ach, das! Auch nur n Schatz! Kommst du da hin ohne mich? Ja! Und n Orb! Gibbe! Liebe Orb! Hahaha! Aber warte! Ich kann meine Axt wieder rausholen! Hahaha! Ich liebe die Axt! Das klingt... Das klingt... Na, du liebst die Clown! Ja, aber wenn die Clown nicht mehr betäubt werden... Vielleicht kommen die am Ende wieder zurück! Mit Vertäubungseffekt! Die sind richtig nice! Die sind lustig! Das ist einfach so... A Doken! Äh, weg hier! Die da oben werden uns gleich an... Ooooooh! Ist bestimmt ne Falle! Oh nein, das rennt weg! Ah! Ich krieg dich! Ich krieg dich! Ich krieg dich! Ich krieg dich! Hahaha! Und das ist ne Falle! Und natürlich! Wurf! Und... ENTON! ENTON! Er ist ja ne Terrorente! Erinnere mich irgendwie an so einen... Ähm... An so einen Agent der Barockfilme aus One Piece! Äh... Diesen Maulwurf-Typen? Ja, genau! Ah, das war das sie, oder? Oder meinst du... Ne! So generell! Ja, vom rumliegen und rumbuddeln wahrscheinlich! Schätze ich mal! Vom Aussehen her! Ja, auch! Das sagt mir jetzt nicht sehr viel! So, aber... Die Wolken sind aber irgendwie... Eigentlich relativ gut, dass die... Er ist so typisch Barockagent halt! Ja, ja, aber die... Äh... Wolken sind relativ gut für uns, muss ich sagen! Weil die halten andere Monster vom Spawnen ab! Ja, toll! Hier brauchen wir... Da kommen wir erstmal noch rein! Unser Lieblingsraum! Oh! Unsere Abkürzung! Oder? Ne, ist keine Abkürzung! Hat sich der Weg gerade hier geöffnet? Oh! Weiß es nicht! Ne, von da kommen wir ja! Sorry! Äh... Das ist gerade verrückt! Ich hab gerade keinen Plan, was wir gerade tun, aber... Hey! Wird schon richtig sein! Ich will den besiegen! Ich hasse mich sicher! Die haben's verdient! Nice! Ne, können wir nicht! Da oben aber! Und ein Glück habe ich nicht zufälligerweise die Peitsche ausgerüstert! Pfff! Und warum einfach, wenn's so kompliziert geht, ne? Einfach rüberspringen, oder? Oder drunter durchkriechen! Oder einfach sich festhalten und hochziehen! Also, da drunter! Hallo! Da drunter! Also wenn Nick das kann, kann das... Können wir das auch, ne? Ja! Lass mich raten, Vesuvio! Ne! Elektra! Bestimmt Elektra! Froster ist für alle da. Glaubst du das ist wieder die Frostwelle? Glaubst du das? Weiß ich nicht. Kann es sein. Ja? Ja, glaube ich. Was bringt uns das? Umgucken. Warte mal, hier unten sind zwei an. Ach, wir müssen dazwischen laufen. Oh, 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 oh. Uh oh, 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 oh. Ah! Minotaurus! Minotaurus. Ich wusste nicht mehr, dass es den... Analyse. 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 Let's do thatalyse. Ah! What the fuck. Ja, tausend. 1200 KP. Ja ok, der ist jetzt nicht so krass nebenher. Ja, aber trotzdem. Au! Glaubst du Feiert macht den Schaden, oder eher Eis? Das ist ein Bulle. Das ist Minotaurus. Keine Bulle verteilt Ah Elektra, da stand Elektra Elektra, 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 Elektra Gib mir, gib mir, gib mir Okay hab ich manchmal das Gefühl, dass ich ihm echt keinen Schaden mache Ja, Elektra war's Du bist bewusstlos Warum bin ich denn bewusstlos? Hahahaha Das sah aber so aus, wie er es dann gepackt Ja, es sah so aus, aber er hat dich gepackt Läuft bei denen Aber ist ja nicht schlimm Ich find schon Kann der mal auf ihm in die Fresse zuschlagen BÄX Ich mach auch was cooles Ich seh grad voll cool aus, diese Pose Ja und du kriegst jetzt grad ein cooles Waffenabgrade für dich BOOM Kann der Typ mal aufhören Nananana Du gehst grad ein bisschen drauf Mach ich schon Bin dabei, Chef, ich heil dich durch Oh mein Gott Ja Hitbox des Todes Hä, manchmal hab ich das Gefühl, dass ich keinen Schaden mache Nee, Hitbox des Todes Oder ich bin mal wieder in der Hitbox Ach, er kann auch abwehren Er hat so ne Pose, da rubert er ab So, schau Oder weiß ich das Ah, die wahrscheinlich Ja, die ist es Ach komm Ich Er macht mir genau so viel Schaden wie ich ihm Und er hat halt sechsmal so viel Leben wie ich Ist schon fair Aber er kann sie nicht halten Einfach gebroxen Sie fällt einfach um Ist geil, du bist ne Held Ah Nanananananananananananananananananananananananananana Ich renne aber auch immer in seine Fäuste rein Ja, jetzt können die nicht ausweichen, weil ihr so weit unten seid Ja, Entschuldigung Wow Okay, danke Aber trotzdem, du hast genauso viel gemacht wie die Orkanschübe Schau, euch mal Traumschaden Ja, das war auch ein Glit Oh, oh Er ist böse Aha Ich glaub, jetzt macht er mir Schaden Oh, jetzt rennt er Oh, jetzt rennt er Ich bin bewusstlos Du bist bewusstlos Du bist bewusstlos Äh Bäm Ha 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 Wow, du machst Schaden Aber ich hab ihn abgehalten Ich bin immer noch bewusst Dich umzubringen Und das ist Lass mich wieder aufstehen Ähm, das könnt ihr wehtun Ähm, das könnt ihr wehtun Nanananananananananananananananana Sie war auch bewusstlos, oder? Das macht keinen Sinn. Wir wurden einfach gerade zusammengetrampelt. Ah, okay. Ja, stimmt. Schnapp, WOMBEL LEVEL 7! LEVEL 7! Aber okay, er ist auch ein Angriffsstarke. Er ist auch ein Angriffsstarke, der kriegt Zauber, die höher sind. WTF? Ich fang noch kurz durch. Mann, der Boss kommt noch ein bisschen auf die Eier. Jaja, mir auch. Aber schau, da ist ein Trottel. Deine Waffen, geil! Fangen ab, fangen ab! Ich bin bewusst! Die schweren Bosse, die finde ich ja noch okay. Gib mal, gib mal, gib mal, gib mal, hier eine Warnust unserer Sky. Warum? Ich will aber nicht. Ich mach dem nie Damage, weil immer diese Scheiß-Animation von 313 Schaden und meine nicht. Dankeschön. Motherfucker! Warum kann ich mich denn hier unten nicht... Da kann ich mich grad nicht legen. Motherfucker! Wow, bestes Bild, Alter! Ich hab kein Wort mehr auf den Typen, ganz ehrlich. Ich mach jetzt gerade radikal Schluss mit ihm. Danke! Bitte gerne! Genau deswegen will ich immer die Magie übrig haben. Oder Walnüsse. Weil da kann man radikal mit so einem Arschloch Schluss machen. Der ging mir jetzt auch auf den Sack. Bah! Das passiert doch mit euch, Boston, wenn ihr mir auf den Sack geht! Ich pulverisiere euch mit Blitzschlägen. Und weiter geht's! Und weiter geht's! Und... Schwer! Nice! Äh, ich möchte wieder meine Stormer haben. Danke! Oh, es ist kein Level Up! Ich hab auch ein Level Up! Und du wahrscheinlich auch! ALLA! Br-Brother! Ja, Sam wurde gestohlen! Ja, Sam wurde gestohlen! Ja, nice, ne? Kenn ich mal. Gut, ne? Oh, hast du nicht zugehört? Der Sam wurde gestohlen! Ups! Du warst doch auch dort! Vor allem, ich find's immer noch geil, wie einfach Sky seine Waffe noch in Blitzform hat. In Donnerform. Geh mal wieder! Ich dachte, wir kommen auch wieder raus. Nee, 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 nee. Ist... Ist alles richtig so. Wir gehen. Wait, wait, what? Wir wussten doch, dass der Sam gestohlen worden ist. Warum mussten wir jetzt da hingehen? Ach, kein Sinn. Und warum sind jetzt die Gegner weg? Weil der Boss weg ist. Ich hab keine Ahnung, warum wir da hin mussten. Vielleicht mussten wir gar nicht hin. Wir haben einfach viel zu früh da. Der Füße war einfach zu früh hingegangen. Aber hey, ist ja wurscht, ne? Der Boss ist weg. Und Dungeon ist auch gecliert. Ja. Aber hä, wofür war die Abkürzung? Ich versteh's immer noch nicht. War ich überhaupt ne Abkürzung? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Irgendwo hab ich auch nicht gesehen, dass es runter geht. Ja, wahrscheinlich weiter oben. Und wir werden einfach hingerannt, ohne das zu aktivieren. Dann hätten wir nochmal zurückgemusst, wahrscheinlich. Ein paar Schritte. Nice, ne? Hat sich gelohnt. Jetzt suchen wir uns noch den Dungeon hier ab. Genau. Gehen wir nach da unten. Ist noch was? Ne, gehen wir nach da unten. Ist auch nix. Ist hier drüben wat? Ne. Da oben ist noch ne Tür. Vielleicht kommen wir da hin. Ne, da kommen wir glaube ich her, oder? Ne, von da nach da. Da kann man her. Aber... Okay. Na gut, ne? Boah, dieses Schloss ist ziemlich verwirrend. Ja, bisschen. Was ist hier drüben? Nichts? Ich dachte halt nochmal nach Orbs gucken, ne? Naja. Aber... Weil jetzt haben wir wenigstens die Ruhe dafür. Waren wir hier schon? Ne. Ja, hier war doch... Oh, was? Ne, auf... Ne, 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 ne. Das war was anderes. Da rechts war... War da was? Rechts um! Nach unten. Nein. Vielleicht nach oben. Da. Gucken. Da. Gucken. Da. Da. Und ich will nochmal sagen. Noch eine Sache. Dann bin ich zufrieden und glücklich. Komm. Hier runter. Und... Nice! Dungeon abgekürzt. Ich wusste ja, war doch irgendwo noch ne Abkürzung. Nice! Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt hier weiter gehen, schauen wir uns hier hin. Schauen uns hier vom Dungeon weg. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, liebe Leute! Tschüss! Tschüss!